ja meine lieben herzlichen willkommen bei aber nacht schon herzlichen willkommen in 7 days to die ist eine relativ helle nacht heute finde ich naja klar wenn man das licht an hat ist er hell wenn man nicht dann nicht so ich habe hier ihr seht alle soweit weggeschlagen dass das mit den treppen halt jetzt so ausschaut wie es ausschaut aber hier muss ich noch was machen das ist so natürlich unschön ich weiß auch schon was muss dazu nur einmal eine schmiederin ach die sind ja beide jetzt am laufen dann ist da irgendetwas falsch das ist jetzt auch nicht so nicht so nett was ich wollte na halt die tür auf dankeschön ja schweinchen das ist ja nett dass du mir warum habe ich das jetzt hier drin weil ich was ausprobieren ausprobiert habe sogar habe ich das soja was wollte ich denn jetzt ich wollte ein bisschen holz brauche ich dafür ich wollte wieder mal an die schmiede so und jetzt gehe mal hier hin und hier hin und dann habe ich sie zwei stück dafür brauche ich ja nicht so viel was brauche ich denn zwei sekunden doch so lang das ist ja das ist ja das eisen ist weg das heißt nächste nacht ist auf jeden fall wieder eisen jagen angesagt werde ich wohl doch noch ich brauche ja auch noch eine menge stahl jetzt wo ist das ist denn gestorben das kleine die also hier nicht hier liegen nur mal wieder so ein paar gammelfiecher rum die noch nicht mal irgendwie was ordentliches mit haben damit halt woanders rum da ist das schweinchen ein messer so so und im alt mit und nachhalt auch fertig jetzt können wir das schweinchen nehmen da haben wir noch ein bisschen fleisch wie schön aber heißt auch ich muss dann jetzt direkt noch einmal nach oben weil mit dem fleisch möchte ich jetzt hier unten nicht so wirklich gern arbeiten wobei ich muss wirklich kannst du auch erstmal hier in der kiste rein tun haha ja ach du läufst noch warte 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 hast du jetzt davon du hast mir sowieso schon die halbe nacht genervt mit einem halt die nervensäge so das wollte ich haben weil das kennen wir nämlich von der anderen seite auch schon das gefällt mir auch nicht das sollte ich vielleicht ja dann brauche ich drei dann darf ich gleich noch mal hoch darf gleich noch mal einen nachmachen aber hier an dieser ecke gefällt mir das schon mal nicht so noch halt noch mal einen nach ich vergesse das sonst gleich und wenn ich das dann gleich vergesse andere seite weiß ich jetzt gar nicht glaube ich nicht dort ist okay müsste ich noch mal gesondert nachgucken weil das sind ja da habe ich auch vergessen zu operieren immer noch also irgendwo war hier oder doch ich glaube auf der seite seht ihr da so ist das nämlich da vergesse ich nämlich einfach mal was und dann doof ähm so schön dass er mit dem restmaterial noch ein bisschen mit anfangen konnte also restmaterial an holz wie viel brauche ich denn wohl hier für die reparatur zehn oder das heißt ähm wie viel kriege ich denn hier raus 3 6 9 12 naja egal aber dann habe ich zumindest jetzt direkt repariert und ich vergesse das nicht so wie reicht nicht ich habe jetzt 14 das reicht nicht das ist jetzt mal eine ganz tobe sache das finde ich nämlich gar nicht nett ach die plus 11 die waren wegen was ne jetzt hole ich mir oben raus ähm wie viel brauchen wir bitte schön dafür da geht minus 6 ok wäre super das hast du jetzt ganz toll gemacht nein den kriege ich doch nicht wieder weg wenn ich das jetzt mache dann zerbröselt mir doch wieder alles und das ist außerdem auch unschön gibt mir mal zwei stück das ist ganz ganz doof ich versuche das nochmal aber nicht jetzt das mache ich ähm wenn ich das weg wenn ich ein backup gemacht habe weil wenn es dann nicht funktioniert dann ziehe ich mir einfach kurz das backup wieder rein und gut jetzt weil da jetzt diesen ganzen laden hier einstützen zu lassen eventuell das könnte durchaus ne muss gar nicht wenn ich hier einfach kurz was aufstelle dann ist doch in Ordnung aber da habe ich jetzt nicht genug Sklepfe das heißt ähm das mache ich ja etwas später so jetzt habe ich gesagt hier hier sollte einer von denen das ist ja mindestens genauso unschön das ist ja mindestens genauso unschön und wenn ich jetzt hier einfach mal so ein Holzding hinsetze so ein dann wird das auch nicht besser dann müsste ich den hier und dann dort die Ecke die ich jetzt gemacht habe aber dann dann schaue ich mal wieder also den hier auch nochmal weg wenn ich das jetzt richtig sehe so und hier dann so ein hin so weit so gut und dann muss ich den hier dummerweise halt auch bis also bis ganz hoch rüsten damit ich den auch aus Stahlbeton machen kann später ich sollte mir das Zeug jetzt einfach meine Tasche packen und fertig ich habe doch genug davon also ich habe ein bisschen davon dann kann ich auch gleich da vorne die kleine Ecke die ich jetzt zerdeppert habe wieder in Ordnung bringen das ist manchmal bin ich einfach noch du siehst ne das meine ich das mal jetzt später habe ich jetzt keine Lust zu so ähm Baustoff ist doch richtig die Haltung guck mal davon haben wir so viel warum das ist ich mache so es reicht wenn das nicht ausreicht das wäre ja richtig dusselig so einmal runter das eine Ding hier fertigen das tue ich noch ja ich komme ja sowieso runter und dann gibt es einen auf den Nuss und wisst ihr warum weil ihr mich ärgern wollt so komm her ihr sollt mir da nicht rein ne hallo ich komme zu euch ich komme zu euch ich bin hier und so dann machen wir dich erstmal du stehst dann in mir auch dumm rum tachchen so aha wie wäre es denn nö machen wir doch nicht warte ich mache Licht ja 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 nicht immer gleich schimpfen so und aus so vielen Richtungen vor allem fangen wir vorne an das ging ja wow und das gibt es doch gar nicht ich will nicht durch Sprünge entkommen das ist unschön oh 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 ich muss mal ganz kurz ich bin gleich wieder da dort so so jetzt komme ich schon wieder so wartet 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 hier bin ich macht mir nicht so viel kaputt mhm also erst du und dann du weil du gerade vor mir stehst und dann bist du halt da halten ich will gar nicht umfallen die da ist auch noch einer so warte mal für dich nehme ich die hier machen wir es jetzt halt und warte doch mal ich will doch eigentlich ich kann es von so noch einer so danke schön dass du aus dem Weg gehst machen wir es halt mal ausnahmsweise so jetzt muss ich nachladen da will ich aber dann nicht mehr oh da ist noch ein dicker will ich aber dann nicht mehr verschießen so kriegst halt mit und gefällst alle halbten dankeschön so und du bleib gefällig schieben kriegst halt noch einen alles gut alles gut hier ist nur einer gut den Skirp den kann ich brauchen da bin ich jetzt mal nicht so das nehmen wir natürlich auch alle mit eigentlich kann ich auch den Fährteleiter also das Kram zu den Fährteleiter brauchen von daher so schlecht gar nicht ne gib halt mit will ich halt haben so wo haben wir den noch ach hier ich meine so viele waren es ja nicht naja müssen müssen Stoff und das andere ist sowieso immer ganz richtig entschuldigung wenn ich das mal so sage aber kotzt dich aus ja da haben wir nichts mehr ne doch da ja nett das kann man wieder weg so haben wir denn jetzt dann hier soweit alle durch die haben ja doch schon wieder hier irgendwo was kaputt gemacht na sag ich doch und dann auch nur Blödsinn in der Tasche nur Blödsinn in der Tasche so sag mal einer ich hätte Blödsinn in der Tasche die Zornbild haben Blödsinn in der Tasche das bin ich hab doch ich hab doch ich verguckt so lebst du noch oder ertrinkst du schon na verstehe da ist noch was kaputt ja auch warum ich ich nichts verstehen so warte lass mich wegpacken und dann darfst du rauskommen und bitte wenn dann in meine Richtung so das können wir zerlegen und das können ja hier alle hin können wir später wieder mitnehmen wo bist du denn sag nicht irgendwo da ganz du bist nicht mal in Sichtweite also würdest du mal aufhören dich hier bemerkbar zu machen wenn du nicht mal in Sichtweite bist hab ich falsch gesagt okay dann ist ja erstmal in Ordnung so äh what the ähm man ah wo wie geht das denn gar nicht so werde ich machen wo ist es wer ist denn da noch zerplatzt ich dachte ich hätte alle durch man ist das ja manchmal dugelig so mach halt fest so haben wir schon mal Beton haben wir auch Beton so ist nämlich dann schon richtig und dann kommt hier so ich weiß nicht so recht warum und ich weiß auch nicht so recht warum das da gucken wir mal das wird schon wieder irgendwie total schusselig glaube ich aber lustig schusselig und das lustig schusselig ist ja nicht schlecht naja sie kommen jetzt hier zur Mauer ran das Dumme ist genau an die Ecke hmm und da kommen sie dann nicht wieder weg das ist aber unschön oder ich mach das anders gucken so jetzt muss der erstmal hier rein also eigentlich war das jetzt anders geplant hm warum nicht und jetzt müssten doch eigentlich hier die Geländer ver- ah ne das ist jetzt möglich mal den auch nochmal wieder so wie die verschwinden nicht wieso verschwinden jetzt denn die Geländer nicht why not why not ah ok dann ist das halt so wisst denn doch eigentlich wenn hier was gegen liegt na gut das ist jetzt nicht das Schlimmste komm ich da nicht eigentlich auch von ja natürlich ne ja natürlich aha super dann kann ich die jetzt wieder abnehmen ganz toll darum ging es mir nämlich jetzt das halt hier die aber dann würde ich das ganz gern hier mitmachen und dann mal aufrüsten ja wie jetzt hier mit mich das ist ja doof ok ok dann machen wir doch ein ein Ding ist drunter und dann müssen wir halt noch einen machen weil aber ist ja halt schlüsselig ist halt so so fertig und dann machen wir hier drauf halt den da dann ist auch in Ordnung ja würde ich so sagen fertig und da muss hier ein an sich so oh das ist eigentlich auch so schlecht nicht ne wenn die sich hier durchkramen müssten die sich ja hier immer noch durchkramen das ist ja so schlecht dann auch nicht jetzt brauche ich aber dann noch so einen das heißt hier kann ich schon mal den reinsetzen brauche ich nicht habe ich ok gut dass ich ja direkt schon mal reinsetzen wollte weil ist ja auch da nix CPL Ruhe hehehehe 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 da müssen wir halt da war ja noch mehr kaputt die haben ja alles kaputt gemacht da vorne das ist ja auch schön sehr unschön ja und jetzt geht auch passenderweise direkt alles aus haben die ja hier noch kaputt gemacht ich habe doch hier eben ja von unten haben die davon auch noch eine ganze Menge ne ist ja nicht so dass die da was heile gelassen hätten also alles was die haben kaputt machen können das äh haben die auch kaputt gemacht da kann die ja nix so mach halt richtig so das ist hier ach so ja aber wenn ich das jetzt bis hier hin weg mache dann wird das hier auch schon wieder unschön muss ich nochmal gucken die Tage die gläuten schon wieder so vor sich hin na gut und wenn der hier dann ist kann ich hier höchstens ähm wo hätte ich sie denn eventuell vielleicht ich müsste doch irgendwo ähm gucken wir mal nur nach Platten so Betonplatte Druckplatten kann ich die nicht aufhören ne ne Druckplatten mini ja das wäre vielleicht gar nicht mal so übel aber ähm geht nicht und der Rest ist jetzt auch irgendwie Ziel okay Betonplatte okay machen wir mal sechs werde ich mehr brauchen hier sind es alleine schon mal drei hier werde ich nicht mehr brauchen so zeig mal jetzt schon wieder gemacht ja ne ist klar und ach jetzt geht ist ja nett so machen wir das jetzt nicht das beste wie mach halt wieso ist ja eigentlich immer kalt wenn du ins Wasser gehst so kalt ist doch gar nicht so dann können die nämlich hier dran her und können dann hier hängen bleiben oder auch nicht gucken das wäre jetzt auch ne das ist auch ne Möglichkeit ja die könnten sich hier nur dran festbleiben aber das kann ich nicht ändern so naja und hier kommt dann ups so die kommen ja hier nach oben gelaufen bis hierhin ist also auf jeden Fall richtig weil da kann ich sowieso nichts verteidigen dann hauen sie halt hier vor der Mauer vor wenn ich Pech habe ne das ist dann aber halt so aber hier haben wir halt so drei Stück die sie erstmal kaputt kriegen müssen und wenn die in Stahl sind dann haben die ordentlich was zu tun so und das ist auch auf jeden Fall richtig ok da geht so viel Material jetzt schon dabei drauf aber wenn ich bedenke was ich hier an Material schon rausgepfeffert habe dagegen ist das ja schon wieder kinder und eigentlich hätte ich hier hinter Spike setzen müssen ob ich da wohl hinkomme naja das geht aber auch gar nicht ne ich glaube da komme ich doch gar nicht sind die jetzt nach oben oder nach unten ich muss mal gucken mit einem Spike einem Spike und dann verabschiede ich mich auch schon wieder mach mal einen obwohl mach mal direkt wie viel läuft es oh nicht so viel habe ich nicht mehr geht das geht ja das ist doch sehr gut so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht hält sich auch noch in Grenzen gut dann packe ich die jetzt noch dahin aber dann weiß ich nämlich wie ich das mache auf der anderen Seite da ist jetzt Session Ende und wenn Session Ende ist ja dann ist halt erstmal nichts mehr und dann warte ich ja erst wieder ein paar Tage ja was mache ich denn hier mit der Ecke ja Spikes halt ne also hier werde ich die Ecke voll Spikes klein dann bleibt mir gar nichts anderes übrig ich muss das diese Ecke schützen und eigentlich müsste ich da hinten alles schützen ne wir werden sehen aber zumindest diese Ecken hier die knall ich mit Spikes zu und da warte ich erstmal und lass das erstmal vielleicht gehen sie da ja gar nicht hin vielleicht habe ich ja Glück würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten aber man weiß ja nicht so ja warum denn nicht sollten sie also hier die Treppe zerdeppern dann ja und von hier kann ich dann auch Stahl aufrüsten okay das haut hin dann sollten sie die Treppe hier zerdeppern dann liegen sie halt hier in den Spikes bevor sie dann anfangen hier drauf rum zu hauen und hier geht es nämlich los dass ich dann anfange mit den ganzen Gedöns was ich da halt so habe jetzt kommen jetzt haben wir ähm machen wir das hier auch aber da jetzt erstmal nur die Treppen damit es hübscher wird weiß nicht inwiefern ich glaube dass das hübscher wird aber lassen wir es mal so dahingestellt und irgendwann ne das hier bleibt Holz und Stahlbräugler was gar nicht wohl so viel Stahl alle so ja gut dann machen wir das nämlich jetzt so und dann kommt hier unsere Verteidigung hin hoffe das haut auch jetzt hin die habe ich vergessen Entschuldigung das war so jetzt noch nicht gedacht aber ist ja egal ich kann das wieder man du kannst mich doch auch mal machst halt richtig ich glaube ich habe die ja auch noch unter Wasser mal gucken jo ach da ist ja Ton weg auch nicht schlecht weil ab und zu hauen sie ja auch mal gegen eine Treppe und dann ist es natürlich ganz gut wenn sie die nicht direkt zerstören so naja und so haben sie halt Metalltreppen und können hier rumballern ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt und ich wanne halt hier hoch um dementsprechend hier unten rumballern zu können und hier oben rumballern zu können da denke ich mal machen wir so ähnlich wieder hinten an der Mauer und dann wollen wir mal gucken was ich hier abfange muss ich nur gucken wie ich hier rauskomme nur da oben drüber ist doof da muss ich mir noch mal Gedanken machen ich möchte schon dann auch irgendwie hier das wird schon wieder schwierig oder ich mache von hier aus nochmal eine Treppe ach ich muss gucken man ist das alles doof also meine Lieben wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da teilt es gerne auf eure Social Media womit ihr mir natürlich auch helft dann hören wir uns in der nächsten Folge bis dahin bye-bye bis dann bis dann bis dann